Wenn der Gegner die Combo drauf hat, kann dich bei jedem Prozenten killen. Bei 0 Prozent, die funktioniert dann noch bei 20 Prozent. Wenn man 80 Prozent hat, muss man gar nicht die ganze Combo machen, ne? Der ist schon sehr, sehr gestört. Zwar ein bisschen langsamer, aber das ist eigentlich egal, weil er braucht halt nur einen Hit und killt dich direkt, ne? Der ist quasi wie so Gendorf, aber komplett auf Crack. Wirklich komplett auf Crack. Aber ey, die Snipes. Junge, wir fangen gerade erst an und bisher trifft jeder Snipe. Nicht für Nordamerika. Ich dachte, das wäre auch EU, also Smash Bros. Aber ich habe nicht so viel Plan von sowas, weil ich grinde ja gar nicht, ne? Ich dachte, der wäre was gewesen. Oh, der Damage läuft, Junge. Schade, der Charizard hat jetzt aber nicht getroffen. Die Rolle ist gekappert, though. Ich gebe dir einen Tipp, du kannst dich gerne auch jetzt schon anstellen, damit deine Chancen besser sind, auch noch dran zu kommen. Und dann kannst du einfach nachher vorbeikommen. Am besten ist es, wenn man sich direkt einen Spot sichert, weil nachher heißt es vielleicht, yo, es sind schon so viele Leute drinnen, ich habe keinen Platz mehr, sozusagen. Ey, und auch danke für den Following, Nido. Genau, ich glaube, das ist das letzte Game gegen Kevin. Ich muss ihn mal fragen, was im ersten Game war. Je nachdem, würde ich ihm nochmal eine Revanche geben. Weil vielleicht hat er beim ersten Game auch irgendwie falsche Settings oder sowas, das war komisch. Oh, aber das Kiel ist auch die Zero to Death. Junge. Läuft auf jeden Fall. Aber ist auch Samus, ne? Brutaler Charakter hier. Kann so schnell Damage machen. Nein, falsch eingeschätzt. Ist er tot? Schade, ich wollte ihn mir mit dem Tränen. Das hat er fast gekillt, ja, ganz normal. Oh, Junge, es läuft. Es läuft einfach. Cleaner Trump, aber ja, bringt dir so nix. Ja, die normalste Combo, 50%, kann man machen. Warte, ich hätte mich nicht mit dem Move anlegen sollen, ne? Das war ein bisschen unnötig. Oh, mal schauen, ob er es von der Auszug schafft. Ah, falsch eingeschätzt. Das sah wild aus, Junge. Er ist dir wie zweimal gegen die Stage gefallen. Alright, jetzt Kevin. Hokus pokus. Ich bin unverwundbar. Gottlos, Junge, der Hero ist heute wieder gottlos am Start. Ey, du kannst mich nicht angreifen, ich bin unverwundbar. Like legit. Ist wie der Stern in Mario Kart einfach. Zwar nur für eine kurze Zeit, aber... Warte. Kaboom, Junge. Ah, schade. Trifft nicht. Ah, bis wie viel Uhr, okay. Okay, ähm, vorhin habe ich gemeint, so schätzungsweise bis kurz vor 10 oder so. Äh, spätestens bis kurz vor 10. Vielleicht höre ich auch ein bisschen früher auf, je nachdem wie viel auch noch los ist. Aber ja, das wäre so der Plan. Ist er tot? Ah, leider noch nicht ganz. Aber ich habe Accelerate, guck mal, ich bin so fast. Und ich blinke wieder. Oh mein Gott, Junge. Einfach aus Nutribe gekillt. Jaja, Hero... Hero ist schon manchmal echt gottlos, ne? Aber Shiro macht gerade in den Gear 5 Didikon. Junge, ich habe dieses eine Bild gesehen, was du retweetet hast. Und ich musste direkt an dich denken. Ich dachte so, das ist halt der perfekte Skin. Du müsstest... Das wäre auch so das perfekte Profilbild für dich eigentlich, man. Das sah so aus, als hätte das jemand extra für dich gezeichnet. Aber es gibt natürlich auch noch andere Didi-Mains, die wahrscheinlich One-Piece-Fans sind, ne? Aber schon heftig, man. Oh, er hat keinen Jump mehr. Hold up. Nein, die Seer hat gemisst, Junge. Ich habe ja auch geschrieben, ob ich das als Profil mitnehmen darf. Yo, nice, man. Es passt halt wirklich perfekt, ne? Daher, ja, mach. Und jo. Ich bin ja wirklich nur aus reiner Dummheit von Nintendo da gebannt worden wegen meinen Mods. Ich bin da wirklich selber schuld. Und dann habe ich natürlich noch kill, ne? Ja, vor allem ist es halt auch guter Damage. Ah, nice. Er hat sich ein bisschen zu viel getraut, ja. Und jetzt kommt das Wasser. Ja, er ist tot. Bei uns bringt gar nichts. Snooze, komm. Close. Fast. Ja, da hat er mich. Alright, alright. Whack. No way. Von der Respawn-Plattform. Ja. Es ist Little Mac. Ich habe gehört, das ist auch nur fair, gell? Und Bändchen tauschen können, so. Da dachte ich mir auch so, Junge, lasst ihr doch ihren Spaß haben, Alter. Ihr geht auch zu Fußballspielen oder so. Ich meine, klar, die bekommen ihr Geld zurück. Ja, ja. Ah, Junge. Alter, da freut man sich ein Jahr drauf, auf Konzerten, dann so. Man spiel nicht so. Ja, vor allem das ist ein Fett, aber es ballert einfach mehr, ne? Die Butter, Butter ist wie so Salz bei manchen Sachen. Es verstärkt einfach den Geschmack und es ballert so viel mehr dann. Weißt du, was mir gerade angefangen ist? Und ey, ich kann es mir erlauben. Ich nehme eh nicht wirklich zu. Ja, was ist dir eingefallen? Du hast keine Butter zu Hause, ja gut. Wir haben auch keine Butter. Ich esse halt fast nie Toastbrot, aber wenn ich Toastbrot mit Nutella nehme, dann nehme ich immer Butter. Ich muss mir angewöhnen, diese kleinen Toastbrot-Dinger zu kaufen, weil... Was ihr gemacht? Ich habe aber auch irgendwie verkackt. Warte, warte. Das kann ich besser. Jo, einfach gekillt, Junge. Crazy. Kein Stress, Internet ist gut. Perfekt. Ich habe immer noch kein Online-Let's-Go, Junge. Irgendwann, Junge. Irgendwann, wenn Online einfach mal für ein paar Tage kostenlos ist, dann geht's ab. Junge, Joker ist so am Start, ne? Planeten, das ist so krass, habt ihr es noch nie gesehen. Partner noch. Achso, ja. Kopfhörer. Gleich ein Kopfhörer, ja. Also was hat der Partner noch? Sind aber die gleichen, dann war das Problem. Er ist einfach tot. Steve, still to death, habe ich gehört. Auf geht's. Was, bisschen Bitcoin meins? Ja, Mann. Immer. Probier mal was aus. Nice. Join, ja. Sollen wir mal schauen. Corin fand ich vor allem im Vorgänger richtig cool. Hier wurde sie ein bisschen langsamer gemacht, um sie ein bisschen abzuschwächen. Sie ist schon noch gut, aber ja. Ich spiele sie nicht so oft, weil sie ist mir persönlich ein bisschen zu langsam. Aber ey, das sieht gerade nicht ganz normal aus, oder? Das war einfach mal eine Sue to Death. Ja, ich habe gehört, bester Cormain, ganz klar. Das ist schön, man kann das auch nur so antäuschen, ja. Das ist sehr guter Damage gerade. Schön. Ne, Starpair könnt ihr schon killen. Normales Cormain, habe ich gehört. Ganz normal. Ey. Freak nicht so oft aus den Moves raus. Was ist da los? Isabelle, hallo. Das habe ich schon gesehen, dass das trifft. Nice. 1-1. Als ob, juhu. Nur 11%. Das ist gar nichts eigentlich, ne? Aber jetzt geht's los hier. Die Samus-Kombo-Schmombo. Die Samus-Kombo-Schmombo. Fast gekillt einfach. Ist er tot? Warte mal. Jetzt wird's schwierig, mein Freund. Jetzt wird's schwierig. Bada-Boom, bada-Beam. Nice, Junge. Samus braucht manchmal nur einen Hit. Und dann ist alles weg einfach. Dieses Jahr interessiert mich gar nichts. Überhaupt nichts. Ich bin eigentlich nur auf der Gamescom, wenn Nintendo irgendwas krasses macht. Aber es gibt dieses Jahr jetzt nichts heftiges bei Nintendo. Aber ey, nächstes Jahr Gamescom, wenn man vielleicht die neue Konsole auf der Gamescom antesten kann. Da bin ich am Start. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auf der nächsten Gamescom dann die Switch 2 haben werden. Und so ein bisschen was anzocken kann oder so. Yes. Purple Schumi, was geht's auch an dich? Guten Abend. Willkommen streamen. Hab ich doch gesagt, ne? Ness einmal von der Stage runterbringen und dann passt es doch. Nice, Alter. Auch super 4%. Da kann ich mich nicht beschweren. Trifft es? Ah, schade. Oh. Nein. Doch. Alles ob. Ich dachte kurz, ich hab's verkackt, aber hat eh wie noch hingehauen. Nice. Ich treffe halt gar nichts mehr gerade. Please. Das killt nicht. Komm, das killt. Okay. Man kann es tatsächlich noch schaffen mit Schulk. Wie gesagt, der kann ein bisschen cheaten, dass er länger lebt oder so. Kann man ihn kriegen. Der Rollread. Oh, Junge, Junge. Es geht ab. Was hab ich gesagt, Junge? Was hab ich gesagt? Man muss einfach nur den inneren Trufer erwecken, wisst ihr? Dann wird das haben. Oder zumindest noch nicht ganz so gut sind, dass man sich mit denen gemeinsam ein bisschen was beibringen kann. Weil es ist immer smarter gegen echte Leute. zu zocken. Und genau. Dann darfst du auch dran. Zero Dragon. Zwei Matches wird's hier ja wahrscheinlich geben. Genau, ich bin halt sehr schnell. Das ist halt Fox auch fast. Aber ich glaub, Pirates spielen schon ganz gut gegen Fox. Es war klar. Ist er tot sogar? Yeah. GG's? Weiß. So verdammt strong. Ich sag's ja, ne? Tschau. Tschau. Hatte nicht ganz das richtige Timing für die Kombo. Aber das tut schon mal weh, ja. Oh, und der Bouncing-Fisch trifft. at神ell. Musik Musik. Musik. Musik.